Hallo und herzlich willkommen zurück an Bord bei den Brettspiel-News der Woche, was ist, 39? Letzte Woche war 38, ich glaube 39. Aber viel wichtiger, vier Wochen ungefähr bis zur Spiel-Digital, bis zur Spielmesse, nicht in Essen, vielleicht auch ein bisschen in Essen, ich weiß es nicht, überall in Deutschland können wir ja daran teilnehmen. Und es gibt ganz schön viele Verlage, die sich witzige Marketing-Aktionen ausgedacht haben. Zum Beispiel hatte ich diesen Schlüssel in der Post, der für irgendwas ist, ich weiß es nicht genau, ich kann es ja mal hier zeigen, vom Moses Verlag. Da war der drin, adressiert an einen Freund, offensichtlich mit einer kleinen Karte. Ich habe keine Ahnung, wozu der ist und ich habe jetzt witzigerweise beim Intro an dieses Video, wo ich das Thumbnail hier gemacht habe, gesehen, dass da hinten ein Code draufsteht. Einladung zur Killer-Cruise. Wir gucken gleich mal live quasi, was das ist. Ich habe das wirklich durch Zufall gesehen, er ist ganz klein hier hinten drauf gedruckt und ich bin nie auf die Idee gekommen, dass irgendwie gegenüber von dem Anker was ist. Also auch doof von mir, aber witzig, wir gucken gleich mal. Und dann hatte ich jetzt seit Wochen schon diese Postkarten, ich hoffe man kann es einigermaßen sehen, im Briefkasten. Erst eine, dann manchmal zwei am Tag und das sind ganz schön viele und ich hatte keine Ahnung und ich weiß, dass andere die auch schon, habe ich für Twitter gesehen, im Briefkasten die hatten. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist das? Bis dann die letzte Briefkaste dieses Logo hier drauf hatte, beziehungsweise den Spielennamen. Das gucken wir uns jetzt auch gleich an. Springen wir jetzt gleich mal hin, weil man konnte das schon vorher so zusammenpusteln. Dann habe ich auch ein bisschen gemacht, auch wenn ich das ein bisschen mühselig fand. Ein paar von denen haben zusammengepasst. Wir gucken uns einfach mal an, wie es aussehen soll. Und zwar, so sieht das dann aus. Ihr seht hier, Edition Spielwiese Pegasus Spiele 2020, wenn das zusammengesetzt ist. Das soll wohl eine Riesen-Map sein, in der man ganz viel erkunden kann. Crime City lässt schon ein bisschen darauf deuten, dass es ein Deduktionsspiel ist, wo man was rausfinden soll. Gigantische City-Map steht hier, 75 x 110 cm groß, also über einen Meter breit. Hier ist er nochmal ausgebreitet. Und man soll wohl, boah, die ist ja wirklich riesig, Wahnsinn. Sondern da soll man wohl bestimmte Sachen rausfinden. Man wird peu à peu in dieses Spiel reingeführt. Ich nehme an, hier seht ihr auch verschiedene Kartenstapel, vielleicht verschiedene Fälle, die alle auf derselben Karte stattfinden, könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall mal was anderes. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diesen Look mag, dieses schwarz-weiß-mäßige. Aber spannend finde ich das schon. Und die Idee, diese Karten zu verschicken, die fand ich schon sehr witzig. Aber wir haben ja nicht nur vier Wochen noch, bis die Spiele digital stattfindet, sondern wir haben auch den 24. heute. Grund genug, Ugly Christmas Sweaters. Also im übersetzten Deutschen die hässlichen Weihnachtspullis. Das ist ja so ein Brauch in Amerika zum Beispiel. Die finde ich auch mal sehr witzig. Also die sind immer so sehr bunt, grell gekleidet, die Leute dann da. Das ist ein Stichspiel, wo wir probieren uns gleichzeitig mit den Stichkarten, die wir gewonnen haben, unsere Pullis zusammen zu puzzeln. Also zusammen Puzzeln. Was ich schon mal in Aktion gesehen habe. Ich habe es leider nicht spielen können, aber das fand ich ziemlich cool. Hier seht ihr, da werden die zusammen gepuzzelt. Ich mag Stichspiele, ist ja nicht jedermanns Cup of Tea, wie man so sagt. Aber mir hat das durchaus imponiert. Ist nicht nur ein Stichspiel, sondern geht ein bisschen mehr darüber hinaus. Also viele Stichspiele bleiben ja bei ihrer Einfachheit. Zum Beispiel die Crew, auch wenn das den Kniffert, dass es dann kooperativ ist, ist da sonst nicht so viel drumherum. Und manche Stichspiele ändern das ganze Genre ja so ein bisschen ab. Und Stichspiel ist nur ein Beiwerk. Und das ist hier eher so mit den ganzen Puzzeln und den ganzen Setcollections, die man noch betreibt. Aber das war auf jeden Fall ein Spiel, was ich mal anders fand auch. Und was es, glaube ich, sonst nicht auf die Übersichtslisten oder Vorschau-Listen von vielen schafft. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall mal hier in den News beleuchten. Soll auch 2020 rauskommen. Ich weiß nicht, ob das auf der Spiel-Digital irgendwie einen großen Stand haben wird oder was da noch darüber zu sehen sein wird. Wie gesagt, Hand House Games ist mir bisher kein Begriff gewesen. Ist auch wohl der erste Titel des Verlags, nehme ich mal an. Also ist auf jeden Fall hier nichts weiter hinterlegt. Aber guckt es euch gerne mal an, wenn Stichspiele sich nach was anhört, was ihr auch spannend findet. Ich finde die Optik mit den Ugly Christmas-Matters und vor allem auch die Idee finde ich sehr charmant. Dann, nicht minder cooles Thema, vielleicht sogar noch, wenn wir mal ehrlich, ein bisschen attraktiveres Thema. Athenium heißt das Spiel. Das hat mich sofort an Ex Libris erinnert. Ist auch vom selben Verlag, Renegade Game Studios, im amerikanischen Original. Und das Artwork, wenn man sich das nämlich hier mal anguckt und hier seht, wenn es lädt, da unten diese Bücher, wo ich jetzt vorsitze, die man sortieren soll, die sehen verdammt ähnlich zu Ex Libris aus. Und dann hat sich auch der Designer von Ex Libris bei Twitter zu Wort gemeldet und gesagt, hör mal, also er wurde gefragt, bist du nicht sauer, dass sie das Artwork einfach so weiter benutzen? Und dann meint er, nein, nein, das ist deren gutes Recht. Die haben die Rechte daran an dem Artwork und es kann nicht genug Spiele mit einem coolen, neuartigen Thema wie zum Beispiel Büchereien geben. Er ist überhaupt nicht irgendwie sauer, dass das so gemacht wurde. Also er hat das sehr positiv beschrieben und sehr, ja, sich selber nicht so wichtig genommen und wirkte jetzt auch nicht so, als wäre er irgendwie angegriffen oder als hätten die da irgendwas von ihm geklaut, sondern einfach nur ein weiteres Spiel mit dem Thema. Für uns natürlich cool. Ich mochte Ex Libris sehr. Ich finde aber, dass das Cover hier nochmal schöner aussieht. Es sieht ein bisschen mehr Fantasy-mäßig aus, wobei die Titel in Ex Libris, die Buchtitel, die auf den Rücken zu lesen waren, schon sehr cool waren. Hier sind sie auch sehr witzig und auch da hat der Designer von Ex Libris gesagt, dass er da auch scheinend gelacht hat, als er das Überlichtsbild hier gesehen hat. Man zum Beispiel gesehen hat, Managing Your Haunted House, Not So Bad Being a Nymph, Dust to Puppy. Also sehr witzige Titel hier wieder. Und wie gesagt, ich bin gespannt, ob das wieder so ein Kartenmanagement-Spiel sein wird oder was das sein soll. Aber cool aussehen tut. Ist dann deswegen auch ganz weit oben bei mir auf die Liste der Spiele, auf die ich mich freue, in den nächsten Monaten gelandet. Dann ein, ich sag mal, mehr von Bekannten. Das soll jetzt nicht irgendwie blöd klingen, aber Exit the Game, die Spiele, die kennt man ja. Ja, da kommen ein paar neue raus, unter anderem hier The Cemetery of the Night. Oder ich hab nochmal auf der Kosmos-Seite geguckt, wie es auf Deutsch heißen wird. Friedhof der Finsternis, Der Verwunschene Wald. Und hier ist noch eins angekündigt unten, das Tor zwischen den Welten. Also klingt ein bisschen wie eine Mischung aus Krieg der Welten und das Tor der Ewigkeit. Ne, wie heißt der Ken Follett-Roman? Ihr wisst, was ich meine. Das ist ein Einsteigerspiel, Der Verwunschene Wald und zwei Fortgeschrittene mit Friedhof der Finsternis und Tor zwischen den Welten. Wie gesagt, es kann nie genug Exit-Spiele geben. Das ist zwar mehr vom Altbekannten, aber ich freue mich trotzdem tierisch drauf, dass wir dann im Herbst und im Winter wieder ein bisschen mehr rätseln können. Weil die Exit-Spiele gehören zu meinen absoluten Lieblings-Escape-Room-Spielen generell. Immer so ein, zwei Stunden sehr, sehr viel Spaß in der kleinen Gruppe. Dann habe ich gesehen, Puerto Rico kriegt eine Neuauflage. Ist ja auch so ein bisschen die Zeit der Neuauflagen ganz viel gerade rausgekommen. Die Schlösser des Königs, nee, die Schlösser des Königs Ludwig, Castles of Burgundy. Genau, das hat eine Neuauflage bekommen. Puerto Rico jetzt eben auch. Sieht cool aus, das Cover. Aber wenn man dann mal sieht, sogar die Übersicht hier. Ich meine, es ist immer noch klassisches Alea-Artwork. Da ist immer noch, glaube ich, dass die Pappkartons jetzt immer noch nicht so mega fett sein werden, wie jetzt bei einer so krassen Deluxe-Variante. Aber das Artwork sieht sehr schön aus. Es sieht immer noch sehr übersichtlich aus. Und es sieht, also ich muss ja sagen, die Deluxe-Variante, die es schon mal gab zu Puerto Rico, die war schon schön. Aber das hier sieht nochmal schöner aus. Ich glaube aber nicht, dass es so hochwertig sein soll. Das soll jetzt nichts gegen, also krass gegen Alea sein. Aber hier diese kleinen Chips, diese Holzmarker da, die wirken schon sehr, sehr winzig. Auch die Siegpunktmarke haben sich nicht groß verändert. Da hätte vielleicht auch mal was, ich weiß nicht, mehr Deluxe-mäßiges sein sollen. Also es ist jetzt auch nicht komplett eine Deluxe-Variante, sondern eher ein Update. Aber es gibt durchaus schon im heutigen Zeitalter ja Firmen, die das schöner machen. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass Vincent Tutrell unter anderem das Artwork gemacht hat. Das heißt, was anderes als schön kann es ja gar nicht sein. Einer meiner Lieblingsbrettspiel-Maler, sage ich jetzt mal. Dann ein weiteres Spiel. Ihr merkt, ich rushe hier so ein bisschen durch. Aber es gibt ganz, ganz viele Spiele. Da möchte ich nur mal so kurz quasi ein Scheinwerferlicht drauf halten. Aber in den nächsten Wochen kommen auch noch ein paar Videos raus, wo ich mich auf ein paar Titel noch mal ein bisschen mehr spezialisiere in Top-13-Listen. Unter anderem Curious Cargo, was vom selben Designer und von derselben Firma rausgebracht wird. Ryan Courtney und Capstone Games wie letztes Jahr Pipeline, was ja so eine Wirtschaftssimulation war, die mir sehr gut gefallen hat. Das hier ist ein reines Zweispielerspiel und deutlich kürzer. 30 bis 60 Minuten, während letztjähriges Pipeline so eher 90 bis 120 Minuten war das schon, wenn man das gespielt hat. Und es wirkt auch von den ersten Bewertungen hier, die sagen nicht immer viel aus, aber das, was sie jetzt so sagen, ein bisschen leichter von der Komplexität. Sieht sehr cool aus vom Cover und erinnert definitiv, also da ist auf jeden Fall eine Anlegung an Pipeline. Hier sind es keine Pipelines, die man zusammen puzzeln muss auf seinem Tableau, sondern wahrscheinlich was anderes. Irgendwelche Cargo-Routen oder sowas. Ist auf jeden Fall was, worauf ich mich darauf freue, weil Pipeline hat zu zweit gut funktioniert. Ich glaube aber, dass es zu dritt und zu viert, leider nie gespielt, noch ein bisschen besser ist. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich mag Wirtschaftssimulationen und das ist ein cooles Cover mit einem noch cooleren, unverbrauchten Thema, finde ich. Und Wirtschaftssimulation, Daumen hoch. Dann Carlico, da habe ich schon relativ, also nicht nur relativ, sondern sehr, sehr, sehr viel Gutes drüber gehört. Das ist so ein bisschen der abstrakte Hit des Winters, glaube ich, bei vielen Leuten. Von Kevin Russ und Beth Sobel, die grafische Designerin, von der hat man auch einiges gehört, schon finde ich. Dann hier seht ihr, warum dieses Spiel so als ein bisschen Patchwork-ähnlich gesehen wird. Das habe ich zumindest schon ein paar Mal gehört. Ich weiß, ich habe gar keine Ahnung, was man da macht. Ich habe probiert, bei diesem Spiel mir so wenig Infos wie möglich zu holen, weil ich bin bei abstrakten Spielen manchmal wirklich, ja nicht ablehnend, aber manchmal denke ich mir, naja, komm, noch ein abstraktes Spiel. Aber bei dem freue ich mich einfach, weil ich so viel Gutes darüber gehört habe. Ihr seht, das ist richtig gut vorbenotet hier auch. Ja, freue ich mich drauf, Calico, wenn das diesen Winter mal auf den Tisch kommt. Dann habt ihr bestimmt schon von gehört, wenn ihr Eurogames, also Spiele, in denen es um Siegpunkte geht, wo Stefan Feld, ja einer der Meister dieser Spiele ist, ganz viele Spiele rausgebracht, der ist der Designer von diesem Spiel, von Pegasus und Hall Games kommt raus. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit das erste Mal Aquas 4 gespielt, eines der älteren Spiele von Stefan Feld, was bei Hall Games rauskam vor einigen Jahren, ich glaube 2012 oder sowas. Man sieht direkt wieder irgendwie, Stefan Feld hat so eine, egal bei welchem Publisher er das rausbringt, er hat immer so eine gleichbleibende Art, dass man vielleicht erraten könnte, dass es von Stefan Feld ist. Viele verschiedene Farben und immer verschiedene Sachen, die man machen kann, also immer viele Wahlmöglichkeiten. Nicht sonderlich thematisch meistens seine Spiele, aber mechanisch immer sehr, 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 sehr weit vorne mit dabei. Ich weiß nicht genau, was die Elemente hier verdeutlichen, das ist immer auf den ersten Blick auch sehr unübersichtlich, aber macht dann alles Sinn, was er gemacht hat oder was er da designt hat. Das ist noch ein Prototyp, sollte ich dazu sagen, sonst gibt es hier, glaube ich, noch ein paar finalere Bilder, nehme ich mal an. Das ist von irgendeinem Online-Spiel. Ich weiß nicht, ob es jetzt Tabletopia oder was auch ähnliches ist. Sieht schon cool aus, ich bin gespannt, ich werde es bestimmt mal spielen. Sehr heftig vorbewertet hier mit 3,44, also eines der komplexeren Spiele von ihm definitiv. Dann ein, also über die Optik des Covers, das ist durchaus schön, aber die Optik der Spiele kann man manchmal streiten bei Stefan Feld, finde ich. Das ist eher zweckmäßig, als jetzt so wunderschön anzugucken. Würde sich, glaube ich, keiner, wenn nicht eine, ja, Bonfire-Spielbrett, würde sich jetzt nicht jemand ins Schlafzimmer über das Bett hängen. Anders bei Mysterium, was vor ein paar Jahren rauskam, da würde man sich das Artwork der Karten oder des Spielbretts vielleicht über das Bett hängen, weil es wirklich schön war, ein bisschen düster, aber schön. Das wird jetzt reimplementiert als Mysterium Park. Auch da bin ich mir nicht ganz sicher, was das genau macht. Zwei bis sechs Spieler, 30 bis 45 Minuten, also von den reinen Daten schon ähnlich wie Mysterium. Aber hier bisher wird angezeigt, am besten zu zweit. Es wird wohl begrenzte Kommunikation haben. Es wird wieder, das seht ihr hier, diese tollen, ja, traumähnlichen Artworks-Karten haben, die es ja auch bei ganz, ganz vielen anderen Spielen gibt. Ob das, ja, ich habe es ja alle hinter mir stehen, Dixit oder was auch immer ist, die es ja schon ganz, ganz, ganz oft gab. Ähm, da freue ich mich immer drauf, weil diese Karten kann man auch meistens bei anderen Spielen dann noch benutzen und kann sich einfach nicht, also ich zumindest nicht, mich an diesen Karten satt sehen. Ähm, wie gesagt, ich bin gespannt, was da kommt. Hier seht ihr einen kleinen Überblick, hier noch so ein Zirkustableau, cool. Äh, und wieder ein paar von diesem, ja, Mysterium, äh, die hat man schon im Mysterium gesehen, diese, diese, ähm, Wahrsagerkugeln in verschiedenen Spielerfarben. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und dann, eins der Spiele, als das angekündigt wurde, habe ich mir gedacht, ähm, okay, was soll das sein? Vor allem vom Titel her, der war ein bisschen merkwürdig, und zwar Dinosaur Island, das Roar and Ride. Also nicht Roll and Ride, sondern Roar and Ride. Äh, ja, den Namen kann man, kann man nehmen, kann man lassen. Äh, war klar, dass irgendwie, ähm, jeder große Spiele-Hit der letzten Jahre wahrscheinlich auch nochmal einen Roll and Ride-Abklatsch bekommt. Äh, unter anderem auch von einem der Designer von, äh, Dinosaur Island mit Brian Lewis, glaube ich zumindest, ziemlich sicher. Äh, Dinosaur Island ein komplexes Spiel gewesen. Ähm, kam ja vor nicht allzu langer Zeit jetzt auch dann im Deutschen raus. Ich glaube, letztes Jahr war es genau. Und, damit nicht genug Dinosaur Island News, sondern Dinosaur World, der, ähm, spirituelle Nachfolger von Dinosaur Island. Hier muss ich direkt mal sagen, das Cover mega. Also das sieht so cool aus, finde ich. Hat ein bisschen weniger von diesem, äh, 80er-Jahre-Charme, den Miami-Weiß-Charme, sondern sieht ein bisschen, äh, neuartiger, realistischer aus. Ich hab, wenn ich hier oben rechts hingeguckt habe, immer so ein bisschen an Pandemie denken müssen. Wir bauen wohl keine Inseln mehr auf, sondern ist wahrscheinlich ein paar Ecken weiter, ein bisschen moderner geworden. Wir bauen ein ganz, eine ganze Welt auf. Also, ähm, ich weiß nicht, ob es auch ein Park ist, den wir quasi bauen, ein, ein, ähm, Vergnügungspark oder sowas. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil hier sind ein paar Rollercoaster. Es wirkt aber ein bisschen ausufernder. Es gibt auch wieder, das habe ich eben schon gesehen, genau, hier dieses DNA-Storage, wo man die DNA sammelt, um, nehme ich an, weiterhin Dinosaurier zu klonen. Mit den eingelassenen Spielbrettern kann man hier sehen, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, generell ein Spiel, wo ich mich unfassbar darauf freue. Das ist fast ganz weit oben auf der Liste. Ihr werdet sehen, wo das dann wirklich landet bei den Spielen, auf die ich mich freue. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob es wirklich auf die Liste komplett es schafft, weil es kommt halt erst 2021 raus. Und ich weiß auch nicht, inwieweit man, ähm, jetzt in den kommenden Monaten das schon testen kann. Was ich euch aber sagen kann, nächstes Tab, was ich offen habe hier, das ist bei Kickstarter gerade, äh, angelaufen ist, diese Woche. Und hat schon schlappe 400.000 Dollar gesammelt und 5.000, über 5.000 Leute haben es schon unterstützt. In drei Wochen könnt ihr noch unterstützen. Äh, und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Informationen und ganz viele Bilder. Und ihr seht schon, äh, da sind so diese Screen-Printed Dinosaurier-Meeple wieder dabei. Fette Teile, wieder einzigartige Würfel, die hergestellt würden. Ihr könnt ein bisschen mehr über das Spiel erfahren. Mehr Artwork, was in der Box kommt. Dann gibt es hier gleich noch, äh, sieht man, die Kickstarter-Exclusive-Meeples und kleine Erweiterungen, die dabei sind. Ich scrolle jetzt hier mal schneller durch, weil weiter unten, das ist nämlich, genau hier, kommt dann mit das Roar & Ride auch noch. Da wird auch gesagt, kann man bald bei Tabletopia spielen. Da 30 bis 45 Minuten. Und auch das, ich habe es ja eben so ein bisschen übersprungen, sieht deutlich komplexer aus als das Durchschnitts-Roar & Ride. Ist ja auch so ein bisschen im Trend. Ähm, komplexere Roll & Ride-Kenner-Spiele oder solche Experten-Roll & Rides oder Entschuldigung, Roar & Rides zu machen. Ist cool. Sorge ja für jeden, was dabei sein. Ähm, ich glaube, keiner kann sich beschweren, dass es jetzt zu wenig Roll & Ride-Spiele gibt. Und dann springen wir noch schnell. Ich habe ein paar Mails bekommen von Verlags-Neuheiten. Äh, soll jetzt nicht Werbung machen, aber ihr könnt euch gerne mal ja auch, ähm, durchgucken. Oder ich überfliege es mal. Ein paar Sachen sind mir aufgefallen, für die ich mich interessiere. Aber jetzt nicht so mega viel. Da kriegt man immer so einen ganzen Katalog zugeschickt. Aber hier Chronicles of Crime, das Millennium 1400. Da gibt es ja, glaube ich, drei von. Kommt bei Korax Games raus. Das ist jetzt der Katalog von Korax Games. Ähm, ich weiß nicht genau, ähm, wie das jetzt, ob das die gleiche App benutzen wird. Ob das, also ich nehme an, dass es die, ja, virtuelle Realität ist. Es wird weiterhin die App benutzen. Ähm, in einer düsteren Vergangenheit. So sieht es auf jeden Fall hier aus. Dann der perfekte Moment hat mich noch irgendwie so ein bisschen angesprochen. Da wohl zwei bis vier Fotografen, da die, ähm, auf einer Feier den besten Moment festhalten sollen. Das, das klang irgendwie auch neuartig. Ansonsten war jetzt nichts bei den Sachen hier dabei, die mich so, so mega überzeugt haben. Ähm, und eine Sache noch. Und zwar von Cryptid die Neuheiten. Einmal hier ist Santa Monica, was auch so ein Kartenplättchenlegespiel ist. Wo man, ähm, auch Sets sammeln muss. Dann baut man halt diesen, diesen, diese typischen Strandpiere, die es in den USA ganz häufig gibt. Wo man verschiedene Sachen aneinanderpuzzeln muss. Auch, glaube ich, Sets sammeln muss. Das, äh, dafür habe ich mich schon interessiert, als das im Original bei AEG rauskam. Äh, jetzt kommt es nächstes Jahr in, ähm, Deutschland raus bei Skellig. Da freue ich mich total drauf, weil man dann nicht die, äh, englische Variante sich, ähm, irgendwie importieren lassen muss. Oder hier irgendwie, äh, so runter, äh, raussuchen muss. Sondern eben das Deutsche dann, äh, äh, oder wir noch ein paar Monate warten müssen auf das Deutsche. Aber vor allem weiter rechts seht ihr hier, ich überspringe Tank Garden jetzt einfach mal, weil ich da nicht viel drüber weiß. Aber Cryptid, das war auf einer Top-13-List. Ich glaube, Spiele, die es nicht im Deutschen gibt, äh, auf die ich mich freue vor, äh, einiger Zeit. Das ist ein super cooles Deduktionsspiel, was super gut funktioniert. Nicht lange dauert, so 30, 45 Minuten. Ähm, gibt eine Zweispieler-Variante, aber eigentlich erst ab drei Spieler. Aber das ist richtig, richtig cool. Kam damals bei Osprey Games raus. Äh, lasst euch nicht vom Cover, äh, irritieren. Das wirkt thematischer, als es ist. Es ist kein thematisches Spiel, aber dass man rausfinden muss und, ähm, die Leute in Irre fühlen muss, wo welche Sachen, also wo dieses, wo dieses Monster versteckt ist. Sehr, 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 sehr cool. Äh, freue ich mich total drauf. Also einiges, auf das man, äh, sich freuen kann. Ähm, hier, ihr seht den Kickstarter. Da wird innerhalb der nächsten drei Wochen wahrscheinlich auch nochmal einiges los sein. Ansonsten, die Liste der Spiele wird länger, die man, auf die man sich freuen kann. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen News. Ich will das Video immer einigermaßen kurz halten, wenn es um Nachrichten geht. Wenn ihr, ähm, mehr darüber wissen wollt, ich hab euch ja die, ähm, die Spiele jeweils dann benannt. Äh, und die Infos oder die Boardgame-Geek-Seiten auch gezeigt. Dann könnt ihr euch gerne, äh, mehr wünschen oder auch, oder noch mehr angucken, aber auch mehr wünschen in den Kommentaren, wenn ich dazu nochmal mehr berichten soll. Ähm, gut, dann ist es für alle. Ist ja jetzt auch noch ein paar Tage auf Kickstarter, wie gesagt. Ansonsten sag ich, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in den nächsten News, nächste Woche oder im nächsten Video dazwischen. Ciao. Halt, stopp, sorry. Ich hab natürlich noch eine Sache vergessen. Das hab ich jetzt groß angeteast und dann doch vergessen. Der Schlüssel. Wir wollten den Code eingeben. Tut mir leid, ähm, irgendwie dann doch zu viele News, über die ich zu aufgeregt war. Äh, wir gehen auf die Website. Ich drück einfach mal Enter und dann... Die Website ist nicht erreichbar. Okay. Aha, doch. Ist sie. Sebastians Fitzek, die Killer-Cruise. Mh, hm. Okay, aber mein Code scheint nicht angenommen worden zu sein. Was ist das denn hier? Äh. Ha. Okay, ich hab... Bisschen mehr erwartet jetzt. Also ich weiß immer noch nicht genau, was es mich... Äh, Sebastian Fitzek ist ja, glaube ich, so ein, so ein, äh, Krimi-Autor. Der auch schon, der auch schon häufig solche, ähm, Safe-House-Spiele gemacht hat oder solche, ja, Verknüpfungen von Literatur mit, äh, ja, Spielen. Äh, anmelden. Vielleicht einfach mal das. Ne, über die Aktion. Das Gewinnspiel ist verwendet, aber du kannst dich weiterhin auf das Brettspiel Killer-Cruise einstimmen. Hm, hab ich so verpasst. Okay, ich hab mehr erwartet, aber hey, da war ich wohl zu spät. Hab den, äh, Brief wohl etwas zu lange. Äh, da liegt doch gar nicht so lang hier. Merkwürdig. Naja, also, okay, trotzdem, äh, die Killer-Cruise. Ihr könnt ja gerne euch mal selber darüber informieren. Vielleicht mach ich das gleich noch, was das genau ist. Äh, mobiles Thema, Nervenkitzel auf hoher See. Aber, hey, kooperatives Rätsel. Laufspiel. Warum nicht? Vielen Dank nochmal fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.